Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben dem Gemüse durch einen mehrstündigen Kochvorgang jeglichen Nährwert entzogen. Das heißt, die Patienten verhungern, während sie essen. Mein Vater holt mich bald ab. Dann gehen wir zusammen nach Amerika. Herr Loser, ich glaube, in Zeiten wie diesen ist Ihr Sohn bei uns sicherer, als wenn er bei Ihnen ist. Nimm Sie mich nicht mal hier, bitte. Ha, du bist. Fang mich doch. Diese zehn Patienten erhalten ab heute, morgens, mittags und abends ausschließlich Gemüsesuppe. Die Suppe wird so lange abgekocht, bis sie absolut keimfrei ist. Braucht Sie das? Das ist eine schwierige Frage, wo du das Dr. Feithausen fragst. Nein, ich frage Sie. Was ist denn? Die esse ich nicht! Ernst, fetz dich! Eine Lebenslinie, die hört überhaupt nicht auf. Du musst noch zwei, drei Wochen durchhalten, dann komm ich dich wohl. Fester Sophia hat den Kranken geholfen. Und sie? Sie ermorden sie! Sie sind ein ganz gemeiner Lügner! Ein Verbrecher! Ein Mörder! Wir müssen hier weg. Und wohin sollen wir gehen?